Die letzten Jahre ging es an den Börsen immer weiter nach oben, doch aktuell merken wir, von Inflationsmeldung zu Inflationsmeldung geht es weiter bergab. Die Märkte haben Sorge vor einem Abschwung aufgrund der steigenden Inflation und der Maßnahmen durch die Zentralbanken, die daraus resultieren. Deswegen schauen wir in diesem Video uns 5 Sofortmaßnahmen an, wie ihr auf die Inflation reagieren könnt und wie es aktuell wirklich um die Inflation steht. Zuerst lasst aber gerne ein Abo da, dann verpasst ihr kein Video mehr. Hier kommen mindestens 3 Videos pro Woche, also am besten direkt abonnieren, Abo dalassen. Das Ganze ist keine Anlageberatung, die Videos dienen nur der Unterhaltung. Jeder trifft seine eigene Anlageentscheidung. Schauen wir auf die aktuellen Daten vom Statistischen Bundesamt für den letzten Monat für den Juni und hier haben wir in Deutschland eine Inflationsrate von 7,6% gehabt. Allerdings muss man sich das genauer anschauen, denn Verbraucherpreise im Bereich Energie, die sind zum Vorjahr um 38% gestiegen und auch Nahrungsmittel. Alles was ihr im Supermarkt kauft, das ist kräftig im Preis gestiegen, hier sogar plus 12,7%. Das trifft viele Menschen hart, denn die Preise steigen aktuell immer weiter und deswegen schauen wir uns in diesem Video an, wie ihr nun reagieren könnt auf diese Preisanstiege, mit welchen Maßnahmen ihr hier gegebenenfalls sogar profitieren könnt. Aktuell aber, und das zeichnete sich ja schon in den letzten Monaten ab und auch schon in der Corona-Zeit, die Preise, die sind stärker gestiegen und aktuell versuchen alle, zum Beispiel Lebensmittelhersteller, ihre Preise neu zu verhandeln, höhere Preise in den Läden und Drogerien durchzusetzen. Das Ganze natürlich aufgrund der Lieferketten, aufgrund der Corona-Problematik, aufgrund der steigenden Rohstoffpreise. Schauen wir also mal in die Verbraucherpreise rein im Detail. Was war am stärksten betroffen im Juni 2022 und wir sehen Heizöl plus 89%, Sonnenblumenöl, Rapsöl plus 85%, Flüssiggas plus 78%, Autogas immerhin plus 50%, Diesel 47% und das, obwohl aktuell ja die Preise an der Tankstelle noch gesenkt sind durch den Rabatt. Das Ganze wird sich aber in anderthalb Monaten dann wieder auflösen, hier könnte es dann noch weiter steigen. Aber auch Produkte wie Butter, Mietfahrzeuge, Erdgas, Brennholz, Mehl, also Getreideerzeugnisse, Margarine, Pflanzenfett und auch Fleisch sind deutlich teurer geworden. Allein hier Geflügelfleisch plus 29,3%. Jeder, der hier aktuell grillen möchte, der wird das Ganze natürlich festgestellt haben. Also wir haben hier einen deutlichen Preisanstieg in ganz vielen Bereichen und die treffen natürlich nicht nur euch im Portemonnaie, sondern natürlich auch die Firmen, die eben Produkte herstellen und dementsprechend hier ebenfalls mehr Geld zahlen müssen. Also es zeigt sich zuerst, es sind wirklich fast alle Produktkategorien betroffen. Überall steigen die Kosten, aber so viel sei schon mal vorweg gesagt, sie steigen nicht überall. Denn es gibt auch Bereiche, wo in den letzten Monaten bzw. im Vorjahresvergleich die Preise gesunken sind. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Bereiche, da könnt ihr nun günstiger zuschlagen als noch im letzten Jahr. Und damit sind wir bei unseren 5 Sofortmaßnahmen gegen die Inflation. Entlastungen. Nun, Maßnahme Nummer 1. Wir sollten von Entlastungspaketen profitieren. Und da sehen wir ganz unten hier günstiger als im Vorjahr minus 62,6% kombinierte Personenbeförderungsleistungen. Nun, was fällt darunter? Natürlich alles im Bereich der Personenbeförderung. Und da fällt uns natürlich sofort auf, aktuell gibt es das 9-Euro-Ticket und das gibt es auch noch im nächsten Monat. Und hier könnte es dazu kommen, dass das 9-Euro-Ticket zwar etwas teurer, aber dann dauerhaft vielleicht bald verfügbar ist. Und das solltet ihr natürlich nutzen. Hier kann man deutlich günstiger nun von A nach B kommen als im letzten Jahr. Und ihr seht Dienstleistungen. In den alten Wohnheimen sind gesunken. Hausratsversicherungen, Telekommunikationsdienstleistungen. Also der Vertrag mit dem Telefonanbieter, beispielsweise SIM-Karten und so weiter. Das ist günstiger geworden. Betriebssysteme, Entgelte für Glücksspiele, naja gut, minimal. Aber es gibt eben Bereiche, die sind im Preis gesunken. Und hier sollte man gut hingucken und hier dann auch davon profitieren. Zweite Sofortmaßnahme. Konsum vorziehen. Die Preise, die steigen aktuell wirklich stark. Viele Hersteller, beispielsweise Coca-Cola, Procter & Gamble, Pepsi und so weiter, haben schon ein bis zwei Mal in diesem Jahr die Preise erhöht. Und nun stehen weitere Verhandlungsrunden an. Die Preise, die könnten also in diesem Jahr nochmal in die Höhe gehen. Denn natürlich versuchen auch die Lebensmittelhersteller, aber eben auch Hersteller von natürlich ganz anderen Produkten, nicht nur die gestiegenen Preise weiterzugeben, sondern auch die Margen zu erhöhen. Gleichzeitig will man von der Situation profitieren und treibt damit die Inflation natürlich noch weiter an. Nicht schön, aber hier solltet ihr gucken, wenn es jetzt Angebote gibt. Beispielsweise Kaffee wird in den nächsten Wochen und Monaten nochmal deutlich teurer werden. Dann schlagt jetzt zu, legt euch ein Lager an. Man kann Konsum vorziehen, wenn man das Geld dafür hat, dann spart man übers Jahr gesehen richtig Geld. Dritter Punkt der Sofortmaßnahmen. Wir schauen auf den Bereich Qualitätsaktien. Denn so wie auch aktuell in einigen Bereichen Deutschlands schon die Immobilienpreise sinken aufgrund der politischen Maßnahmen und der gestiegenen Zinsen. Dadurch habt ihr als Immobilienkäufer in den nächsten Monaten die Gelegenheit, vielleicht günstiger an Immobilien zu kommen. Aber natürlich durch die aktuelle Situation ist das Ganze auch an den Kapitalmärkten so. Und aktuell bekommt ihr natürlich Qualitätsaktien, also Aktien, die gegebenenfalls schon mehrere Jahre, vielleicht viele Jahrzehnte Dividende ausschütten. Die, die Dividende steigern, die bekommt ihr deutlich günstiger. Wir haben uns ja hier auf dem Kanal schon einige Immobilienaktien angeschaut. Schaut da gerne mal in die Videos rein. Die gibt es aktuell super, super günstig. Aber zum Beispiel auch hier mal als ein Beispiel Fresenius. Mittlerweile über 3% Dividendenrendite. So viel gab es fast noch nie. Und das Ganze hier bei einem Dividendenaristokrat. Also eine Aktie, die über 25 Jahre jedes Jahr die Dividende erhöht. Und da muss jeder überlegen, sei es jetzt eine deutsche Aktie oder natürlich auch viele amerikanische Aktien. Schlägt man hier zu, sucht euch auf jeden Fall Qualitätsaktien raus, die schon in vielen Krisen bewiesen haben, dass sie Gewinne steigern können und dass hier dann auch der Gewinn am Ende weiter wachsen wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Kommen wir zur vierten Sofortmaßnahme und zwar dem Bereich Cashback. Nun, steigende Preise sind ärgerlich, aber mit Cashbackportalen wie Aigral könnt ihr deutlich sparen beim Einkaufen und damit schon wieder einige Prozent am Warenkorb sparen und habt damit gegebenenfalls dann sogar die Inflation wieder ausgeglichen. Habt Preise wie im letzten oder vorletzten Jahr. Aigral ist ein Cashbackportal und hier könnt ihr bei fast allen Online-Shops mit Cashback einkaufen. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Ihr meldet euch bei Aigral an. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Transparenz halber, das ist ein Rev-Link. Also wir bekommen eine kleine Belohnung und ihr bekommt 5 Euro Bonus, wenn ihr euch aktuell bei Aigral anmeldet. Link unten in der Videobeschreibung und ihr seht es hier. Es gibt Online-Shops aus dem Bereich Mode, Kaufhäuser, Reisen, Urlaub, Baby und Kind, Haus und Garten, Hightech, Essen, Beauty, Sport und Outdoor-Produkte, Freizeit, Bürobedarf, Blumen, Geschenke, Auto, Motorrad, Dienstleistungen und auch in Österreich ist Aigral vertreten. Um nur mal als Beispiel hier zu schauen. Im Bereich Reisen gibt es allein hunderte Möglichkeiten hier zu sparen. Und das Ganze beispielsweise, ihr seht es hier, wenn ihr bei Mein Schiff bucht, gibt es 40 Euro. Wenn ihr bei Ab in den Urlaub euren Urlaub bucht, gibt es 2% wieder. Bei Get Your Guide 4%, Eurowings immerhin 1% der Buchungssumme bekommt ihr als Cashback zurück. Bei Flixbus 3,5% und so weiter. Ihr seht es hier eingeblendet. Und das geht eben auch bei Online-Shops wie Saturn, Mediamarkt, H&M und so weiter. Überall könnt ihr Cashback bekommen. Meldet euch unten an bei Aigral und dann einfach bei Aigral nach dem Shop suchen. Auf dann den Shop klicken. Dann werdet ihr weitergeleitet. Ihr müsst die Cookies unbedingt aktiviert haben. Und sobald ihr dann eingekauft habt, bekommt ihr eine Stunde später bei Aigral schon die Vormerkung für den Cashback. Und sobald der Shop dann den Einkauf bestätigt hat, bekommt ihr das Geld hier auf euer Aigral-Konto. Und könnt euch das beispielsweise per Paypal auszahlen lassen. Also damit könnt ihr deutlich sparen. Es gibt natürlich auch andere Portale wie beispielsweise Schub. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und hier könnt ihr wirklich der Inflation zumindest ein kleines Schnüppchen schlagen. Das Ganze funktioniert wunderbar. Wir kommen zur nächsten Maßnahme gegen die Inflation. Zur nächsten Sofortmaßnahme, nämlich Reserven anlegen. Und das ist auch unsere fünfte Maßnahme, denn das sollte jeder beherzigen. Keiner weiß, wie die Situation weitergeht. Keiner weiß, wird er in einem Jahr noch seinen Job haben, wenn man jetzt beispielsweise in einer Industrie arbeitet, die auf Gas angewiesen ist. Also eine schwierige Gemengelage. Reserven helfen euch hier erstmal gegen Notfälle. Aber natürlich auch, wer investieren möchte. Keiner weiß, wird der Aktienmarkt noch weiter absacken. Mit Reserven in der Hinterhand könnt ihr hier dann zum richtigen Zeitpunkt investieren. Also behaltet das auf jeden Fall im Blick. Reserven sollten immer vorhanden sein für Notfälle, aber eben auch für gute Investitionsmöglichkeiten, die ihr nur nutzen könnt, wenn ihr dann auch liquide seid. Zum Schluss schauen wir noch auf die Erzeugerpreise im gewerblichen Bereich. Denn das ist ein Vorindikator für die Inflation, die noch kommen wird. Denn das ist die Inflation, die aktuell eben die Erzeuger haben, die das Ganze für Produkte anwenden müssen, beziehungsweise wo die Vorprodukte einfach teurer werden. Und ihr seht, die Erzeugerpreise, die sind nicht um 7,x% gestiegen, sondern um 33,6%. Und das wird am Ende natürlich auch verzögert auf die Endprodukte umgelagert. Also ein Ende der Inflation ist nicht in Sicht. Was habt ihr für Maßnahmen dagegen? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, eine Bewertung. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann seien wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Also wie gesagt, gerne abonnieren, eure Maßnahmen in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.